moin moin ich bin titian und wünsche euch viel spaß bei einer neuen folge fallout 4 südlich der der staatsstadt und circa dreimal so weit wie die abonetti farm etwas östlich der staatlichen vorratslager da sollen art sein das heißt ungefähr hier hier unten ungefähr aber wo jetzt hier genau weil ich die vorratslager noch nicht kennen ist der arzt oder die ärztin ok lass mal gucken was die zum handeln überhaupt haben vielleicht haben die ja was schönes vielleicht auch nicht ist gerade krasse hütte man hier was klauen wo ja man könnte was klauen aber es werden stehlen das lassen wir das lassen wir wenn das jemand rauskriegt dann ist es auch nicht so nett ich dachte sie wäre hier oben nö ist sie nicht da ist eine kuh mit zwei köpfen ach da sind sie auf den feldern alle ok dann gehen wir mal zu den feldern und gucken was die treiben mal gucken was sie so in der tasche hat vielleicht hat sie was zu handeln das ist der typ sie ist die leute hier arbeiten hart für alles was sie haben willst du was kaufen oder verkaufen was steht zum verkauf was hast du vorrätig ist nicht viel aber ich habe ein paar grundlegende dinge munition medikamente und so munition alles klar munition und medikamente wie grundlegend sind die denn sehr willst du hier draußen überleben dann brauchst du munition und medikamente also willst du jetzt handeln oder nicht ja sonst mal handeln bitte klingt gut vielleicht hat sie nämlich sie hat alles munition was ich mir so an die das ist mein inventar beton dünger stoff sie hat keine 45er munition ist natürlich jetzt nicht so dicke ne da ist eine revolver aber das auch ja gut ist ein bisschen was drinnen was will sie denn dafür haben steht das irgendwo plunder und hose sturmfeuerzeug ne die hat nichts was mich interessiert die hat nichts ich kann nicht behaupten schon in diamond city gewesen zu sein die größte stadt im commonwealth brauchst du was willst du wissen hier kannst du damit anfangen was ist eine tato eine art kartoffel das ist sowas wie eine große red resistente verwandte der tomate und kartoffeln tato's mutterbeeren teerbeeren alles verändert sich um den radioaktiven niederschlag zu überleben wie läuft der handel mit diamond city gut wenn mein mann mal dazu kommt es geht aber nur wenn die farm zuvor nicht überfallen wurde warum glaubst du wohl dass ich munition und medikamente verkaufe du kannst sie nicht verteidigen dann schluck dich das commonwealth sehr interessant alles klar ich möchte hier eigentlich raus jetzt aus dem dialog okay ich möchte das eigentlich verlassen alles klar jetzt verlassen jetzt wissen wir schon mal was das hier eine farm ist das ist cool jetzt lass uns doch mal noch ein bisschen nach richtung norden gehen ins nördlichere gebiet da ist auch noch ein bursche ne suchst du arbeit wir könnten hilfe bei der melonen ernte gebrauchen ich bezahle dir kronkorken für jede melone und kronkorken so eine farm helfen sicher ich habe zeit zum helfen großartig es muss nicht sofort sein sondern wenn du zeit hast ich gehe dann hin und sammle deren kron der melonen zu sein und dann kriege ich geld von denen und das ist dein ernst was mal was ich kann nicht mehr tragen was doch da jetzt kriegt geld dafür muss man auch wo sie ist hier was da dran was oh wasser trinkst du wasser stellst du sünder wieder her nicht gereinigt weil sie alle strahlungsschäden ja okay hör auf zu pumpen äh wo ist sie jetzt hin ich will ihre ich will will ihre ich will ihr ihre melonen wieder geben hier ich habe ein paar melonen für dich du hast ja deine verloren hallo rede mal mit mir finger weg von meiner tochter wenn ich wusste du würdest uns helfen ja miss abenafi bist du hier um die kronkorken für deine gesammelten melonen abzuholen ja hier bitte großartig danke für deine hilfe ja cool ja nice viel glück im kampf gegen diese raider danke oder vorne ist auch noch was ne da gehen wir als nächstes hin oder als übernächstes hin ich will einmal kurz zu dem wohnwagen oder was da steht und uns das mal oder das mal angucken vielleicht ist das noch mal wieder was neues beziehungsweise mal schauen ob wir hier irgendwas lupen können hier sind auf jeden fall pflänzchen oh ja guck mal hier ist alles mögliche dran schön aufbereitetes wasser das ist auch gut da unten ist noch was das war's jetzt ne alles mitgenommen lass mal da hinten zu den fahrzeugen gucken das ist halt echt cool ne du gehst ja so ein bisschen durch die gegend musst aufpassen da waren gerade hier ein viecher glaube ich muss natürlich aufpassen saumäßig dass sich nicht irgendwas von der seite anfällt oder beißt aber dadurch entdeckst du halt so die ganze karte guck mal da ist nämlich auch noch ein gebäude und du musst es auch irgendwie machen weil überall etwas sein kann siehst du hier ist nämlich schon wieder oh fuck da hinten sind da hinten sind fliege viecher scheiße ist dass ich so dicht ran muss bei den viechern weil da mit der schrotflinte so dicht dran muss ich habe mich irgendwas gebissen oder woher kam dieser dieser blut schwall gerade eben schon wieder die sauen einen ganz schön ein ne diese scheiß viecher sind wir noch im fight so eine schrotflinte eh fuck okay oh das war einfach wie schön alles nehmen schnell raus hier aber da haben wir gerade eben gerade kräftig irgendwas eingesammelt ich weiß nicht genau was aber das war glaube ich nicht schlecht was wir da gekriegt haben Rohrzeichen Splittergranate auf jeden fall ein bisschen oh wieder 10 mm munition das ist schön lass uns mal gucken was wir hier so finden das ding ist ja auch neu wie heißt das wo wir jetzt hier gerade sind äh karte genau shipping flottenliegeplatz okay ah das ist jetzt ist das hier ist das hier so ein teil der durch das neue add-on durch das neue die es hier mit reingekommen ist vorhaber radioaktiver müll mhm sehr schön da ist aber kann ich nicht irgendwas nehmen dagegen da war doch was ähm medex Giftwiederhersteller eigentlich ist doch das Strahlung widerstehen oder ich will nämlich hier rein zudem wollte ich beziehungsweise zu den ganzen Sachen die hier hinten rum liegen Alter ich habe echt viel Strahlung schon abgekriegt ne muss man echt mal sagen und ich habe leider noch nichts gefunden um die Strahlung oh fuck es war einer wo einer ist sind es auch zwei halt die Augen auf den boy ich loot hier mal ein bisschen was ich loot hier mal ein bisschen was wo einer ist sind auch zwei da ist ein Kanister die sind eigentlich selten allein ja hast du irgendwas gesehen hast du was gefunden da kommt doch einer wer bist du denn pass mal auf da ist doch irgendwas was ist das ja ja Strahlung die Strahlung ist echt brutal ne was los ja ich weiß hier ist Gefahr überall aber chill mal wir müssen ja eins nach dem anderen durchgehen du hast irgendwas gefunden ne auf irgendwas wolltest du mich hinweisen ah ok da ist auch noch Munition 10mm sehr sehr schön komisch dass da auf einmal mitten auf dem Weg einer saß ne aber der scheint dann wohl denn gespawnt zu sein ist jetzt hier noch einer wirst du tot? du wirst tot auf jeden Fall oh ein save oh oh nein nein naja schade jetzt ist sie mal kaputt gegangen aber ok kann passieren müssen wir mal eine neue suchen und vielleicht vielleicht finden wir denn ja vielleicht kommen wir nochmal wieder her schade dass die kaputt gegangen ist aber man kann ja nicht alles haben ne es kann ja nicht immer einfach sein ist hier hinter der Tür einer? nein mal ausmachen hier liegt auf jeden Fall auch wieder schön viel Zeug rum dann Ventilator alles mitnehmen alles mitnehmen alles mitnehmen alles mitnehmen alles meins 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 ausgezeichnet ähm funktioniert der noch? cool zugangsteine Protokolleinträge steht hier irgendwas wichtiges drin Memo von wann? Nachrichten überprüfen bitte Leute vergesst nicht Lieferungen über meinen Ultimation rausgeben bla 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 alles klar sowas von unwichtig da ist ne Kaffee oh da ist noch Fleisch dran hier liegt aber keine Munition rum ne Munition ist glaube ich echt so ein bisschen Mangelware oder wir müssen echt nach Diamond City mal langsam gehen oh da ist noch da ist noch was drin da ist auch noch ein vergoldetes Sturmfeuerzeug nice äh mein Raid X wirkt nicht mehr ich wusste auch gar nicht Alter ich weiß gar nicht wofür das gut sein soll also eigentlich eigentlich dachte ich dass es die Strahlung ein bisschen zurückhalten soll mich strahlungsresistent machen soll mehr oder weniger aber irgendwie habe ich das Gefühl dass es das nicht tut ist da noch irgendwas da ist ein zerbrochener Becher da ist noch eine Alubüchse ne Alubüchse wie ist das eigentlich ich habe auch gelesen leider dass man sich äh zu Ende der der Story äh irgendwie mit für irgendeine Seite entscheiden muss um dann mit denen das Spiel durchzuspielen und dann irgendwie die anderen Fraktion die man noch so trifft dann wohl irgendwie gegen sich ähm gegen sich stellt das ist ja eigentlich recht schade finde ist der tot also ich muss ja noch skillen ne haha ich habe immer noch nicht geskillt pass mal auf das können wir eigentlich gleich mal machen wo wir gerade hier sind äh T und zwar hatte ich ja hatte ich mir ein bisschen so Skillung angeguckt was man machen kann und eine Skillung sagt halt ich soll starken Rücken nehmen ähm Eisenfaust wo ist denn starker Rücken kann ich jetzt irgendwie weiter runter doch da Schmied rund und schwer starker Rücken kommt da unten erst oh was und wie komme ich da hin stärker auf 6 achso stärker auf 6 aber stärker habe ich doch schon auf 2,4,5 ok dann geben wir da ein Punkt drauf hast du Auswahl bestätigen ja jetzt können wir starker Rücken machen ne genau ausgewählt so und dann Inselbegabung zufällig 3-fach 5-fach Erfahrungspunkte bekommen wo ist denn Inselbegabung äh dafür braucht man Glück also muss das hier irgendwas sein Schnurrer blutiger Tod Inselbegabung ok das nehmen wir äh Schatzsucher soll wohl auch gut sein wo ist denn Schatzsucher das war hier oben dass man eher mehr Kronkorken findet genau und Schlossknacker na toll das hätte ich natürlich vorher mal das hätte ich vorher glaube ich mal äh dingsen sollen da Schlossknacker braucht 4 auf Wahrnehmung da habe ich erst 3 das heißt da legen wir einen drauf und dann können wir den Schlossknacker machen das hätte ich natürlich vorher äh machen sollen und blutiger Tod ist auch gut wenn man denn noch Punkte hätte habe ich aber nicht mehr alles klar jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen geskillt jetzt haben wir auch mal unsere Skillung vorgenommen ähm sieht hier noch irgendwas was ich mitnehmen könnte ich glaube nicht ne nö dann gucken wir mal hier rein oh hier steht irgendwo was auf glaube ich war das dein Ziel? scheint ja boah irgendwo höre ich noch einen irgendwo ist noch einer ich weiß bloß noch nicht wo lass mal lass mal hoch gucken liegt da drüben noch einer? ne das Schöne ist wenn man oben ist ne und die dann zu einen wollen dann müssen sie auch erstmal hochkommen ja ja ist ja gut brauchst jetzt ja nicht die ganze Zeit da äh das kann man nur anschmeißen da ist ein Reifen da ist nix hier ist keiner mehr oder? ne das hat sich nur so angehört als ob da noch einer kommen würde können wir gucken hier ob von hier oben aus ob wir irgendwo einen sehen aber eigentlich nicht ich seh grad niemanden oh cool ne Pistole vielleicht ist da auch noch ein bisschen Munition bei gewesen das wäre nämlich super hab ich jetzt zwar nicht drauf geachtet dass sich mal den Munitionsstand für die 10mm erhöht hat aber oh Ölkanister sauber da ist noch ne Munitions oh Fus- war das ne Fusionszelle? aber Fusionszelle ne ja gut Fusionszelle ist ja ähm das ist ja kein Fusionskern wir brauchen ja Fusionskerne für den für den Anzug was machst du da unten? ich komm auch gleich wieder runter zack jetzt nochmal hier gucken da sind noch Blechdösen Blechdösen wie die immer auseinanderfallen ne das ist schon ulkig ein bisschen was mit dir? Hochmannschuh immer her immer her damit das ist alles Stoff was wir bestimmt gebrauchen können so wow wow wo bist du? da komm komm wir wollen weiter gehen oh guck mal hier ist ein Roboter so meine Freunde das war es auch schon mit der heutigen Folge ich bedanke mich bei euch für's einschalten und würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen wenn es euch gefallen hat ich wünsche euch noch einen schönen Abend bis zum nächsten Mal bye bye